Du möchtest künstliche Intelligenz in dein Unternehmen integrieren, um mehr Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsvorteile zu erzielen? Dann ist dieser Strategie-Workshop genau das Richtige für dich. Mein Name ist Claudia Hilker, ich bin Digital-Marketing-Expertin und unterstütze viele Unternehmen in der digitalen Transformation seit 22 Jahren. Seit einem Jahr, 2022 um genau zu sein, unterstütze ich sie auch mit der KI-Transformation und auch im Bereich ChatGPT. In Kooperation mit Prof. Dr. Gensch habe ich ein KI-Strategie-Workshop-Modell entwickelt, womit wir vielen Unternehmen schon geholfen haben, ihre KI-Transformation erfolgreich zu meistern. Und damit können wir auch dich unterstützen. Wir beantworten in diesem KI-Strategie-Workshop all deine Fragen, damit du ein KI-Grundlagenwissen hast, damit du auch in Zukunft alle KI-Fragen gut abwägen kannst, verstehen kannst und zukunftsfähige Entscheidungen dazu treffen kannst, damit die Investitionen auch wirklich in die richtige Richtung laufen. Wir zeigen dir im Workshop auf, welches die besten Use Cases sind für dich, die sich also sofort auch amortisieren. Wir untersuchen dazu alle Bereiche. Bei dir sei es Unternehmensführung, Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Finanzen und IT. Und wir werden dir überall Best-Practice-Lösungen vorstellen und Use Cases dir zeigen mit Pilotprojekten, wie du ganz schnell diese Transformation in deinem Unternehmen in einzelnen Meilensteinen voranbringen kannst. Du erhältst einen kompletten Projektplan und auch ein Zielbild mit einer Roadmap zur Umsetzung. Natürlich geht es auch um Themen wie Datenmanagement, Datenschutz und Ethik. Und es geht auch um die Fragen, wie kannst du deine Mitarbeiter mitnehmen und wie kannst du eine vertrauensfördernde Umgebung schaffen, damit sich auch alle öffnen für diese digitale KI-Transformation. Melde dich gleich an für deine kostenlose KI-Beratung. Ich freue mich auf unser Gespräch.